Okay, bereit? Nein, eigentlich nicht, aber... Was geht's? Ich hab wohl keine Wahl. Was? 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 Das war wirklich zu schnell. Wirklich. Ich hab doch gar keine Ausrichtung hier. Ach stimmt, das ist die Kugel. Ja. Bereit? Und da fehlt immer noch eine trotzdem, oder? Nein. Bereit? Nee, doch, nee, dann nicht mehr. Ja, mach halt. Warum? Kann es einfach nicht. Lilly. Akzeptiere, dass ich das nicht kann. Lilly! Drunken... Drunken Panda! Ja, ich brauch mehr Alkohol. Ja, offenkundlich. Also wirklich. Das geht gar nicht da. Ich hab schon Baby-Eiswürfel mittlerweile. Oh, ich liebe Eiswürfel. Deswegen... Also es ist so warm hier drin. Hm? Was denn? Nichts? Bereit? Joa, mach mal. Guck mal, er ist am Schwarzen vorbei. Ich drücke... Mach gut doch. Nur gerade wollte er immer nicht. Oh Gott. Der war auch ein bisschen gebackt, ne? Nicht knapp und so. Nein. Gar nicht. Ach so, die Wand ist nur bei mir weg. Mhm. Gut. Okay. Ich bin so bereit. Oh! Ich hab fast ins Wasser gefallen. Ach, vielleicht gerade. Ich hab gerade Panik bekommen. Also wir legen den jetzt hier in die stille Ecke und suchen das Secret. Mach mal da drauf. Pack mal schon mal drauf. Dann rollt er nicht weg. Dann rollt er nicht weg. Oh Gott. Er rollt wirklich doll. Deswegen. Pack ihn da rein. Wir dürfen halt noch nicht ruhig durchgehen. Ja, pack ihn rein. Pack ihn rein. So, wir haben's geschafft. Wir können gehen. Er ist wieder rausgerollt übrigens. Sorry. Guck mal, er will das gar nicht. Er will das einfach nicht. Wir lassen ihn jetzt in der Ecke liegen. Er hat seinen eigenen Willen. Das musst du auch mal akzeptieren. Ne, er rollt mir echt so doll. Geht nicht. Gut. So, was weiß ich denn, wo dein Secret... Na doch, ich weiß, wo dein Secret ist. Das Secret ist unten. Nein, das Secret ist nicht unten. Doch, das Secret ist unten. Das Secret ist genau hier. Ja, ja, genau. Wir müssen zwei Kuben reinmachen und durch die Tür ist dahinter das Secret. Genau, wir brauchen zwei Kuben. Unten ist einer. Woher? Meinst du? Shit, den kriegen wir aber dann nicht raus. Richtig. Außerdem sind das Laserkuben. Ich glaube, da müssen richtige rein. Das ist, glaube ich, völlig Wurst. Ja, vielleicht. Weil du wirst den ja nicht kriegen. Obwohl, was haben die nochmal gemacht? Dass die Plattform hoch und runter geht. Ne, dass hier das Tor aufgeht. Was? Und das ist nicht mehr wichtig. Was für ein Tor? Wir hätten ihn mitnehmen müssen. Was für ein Tor? Ja, dann hol. Kann ich nicht. Warum? Weil... Das hier unten jetzt weg ist. Ja, dann macht ihr Portale oder... Weiß ich nicht. Ich drück den Knopf da hin und tu irgendwas. Ich komm da nicht hin. Doch, mit Portalen. Na ja. Und du musst dabei sein. Ja, ist klar. Ich spring da jetzt runter. Ach, Kaninchen! Läuft's. Aber wo ist der zweite Kubus? Und kriegen wir den überhaupt rüber? Super. So, und du musst jetzt... Irgendwo ist der zweite. Und du musst jetzt deine Portale... Und wie kriegen wir den? Wie kriegen wir den? Da muss einer hin. Siehst du das? Ja. Da. Und da. Was auch immer dir das bringen sollen. Und wo? Ach, da. Der muss halt... Der rote Strahl muss halt da durchgehen. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Du machst mich echt krank. Ja. Zurück. Zu weit. So, genau. Jetzt öffnet sich nämlich dieser Wart. Warum war der grad weg? Achso, weil meine Portale nicht da waren. Und die Frage ist, kriegen wir jetzt den Kubus? Nein, weil wenn du ihn nimmst, dann sind die Laser weg und dann ist der Weg weg. Ist das so? Natürlich. Wir haben die noch gerade erst damit erstellt gehabt. Jaaaa. Das kann nicht die Lösung sein, diesen Kubus zu kriegen. Außer... Ich wollt grad sagen, ich nehme ihn. Haha. Hä? Hä? Es ist nicht die Lösung. Hä? Warum ist der Weg jetzt halb da? Nein. Nein. Weißt du was? Schmeiß den mir einfach gleich rüber. Wenn ich mich da wirklich drauf trauen soll, aber... Mais! Ich kann den so nicht weit schmeißen. Dass ich sterbe. Bist du bereit? Ja. Papi! Sehr gut! Nicht sterben! Nein, 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 nein! Ich darf jetzt nicht sterben! Du bist nicht fertig. Warte, 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 warte! Wir sind solche dreckige Cheater! Ernsthaft! Ich glaube auch, dass die Plattform da weiter... Die werden sich nur an den Kopf packen. Ja, dass die Plattform da jetzt weitergeblieben ist, ist nicht geplant. Ne, das war wieder mal mehr Glück als verstanden. Aber damit haben wir nur einen von den... Egal, wir haben schon mal einen. Ja, immerhin, das ist schon mal ein Anfang. Wo ist der... Das ist wirklich sreckige Geschichte. Kann man uns den anderen nicht auch noch erschienen, wo die Wände plötzlich blau werden? Einfach bevor sie blau werden? Das wäre zu einfach. Ne, das Problem ist, das funktionieren nicht, weil dann die Kugel verschwindet. Wir dürfen die anderen Kugel nicht mehr anfassen. Wir müssen irgendwo noch einen Kubus herkriegen. Ja, passt. Irgendwo muss noch ein Kubus sein. Oh Mann, ey. Kannst du dich nicht einfach in den anderen reinlassen? So funktioniert es leider nicht. So könnte der letzte Kubus sein. Und selbst der ist schon gescheatet. Das muss so. Das muss alles gescheatet sein. Ja, genau. Aber das machen wir, glaube ich, nicht diese Folge. Ich glaube, wir werden... Oder dachte ich, wir müssen weiter. Wir müssen... Das wird eine Überlenkung. Ja, müssen wir. Weil wir sind eigentlich ja so gut wie durch. Eigentlich schon, ne? Ich guck mir die Lage nochmal eben an. Den da hinten brauchen wir. Ja, aber den kriegen wir nicht. Den kriegen wir im Leben nicht. Na doch! Wir werden uns einen neuen machen. Aber die Wände gehen ja nicht. Nee, wir kommen ja nicht durch, genau. Das heißt, der ist nicht erreichbar. Aber wir haben jetzt Waffen. Wir haben Waffen. Guck mal. Wir können jetzt Portale hier hinpflanzen. Guck mal, über dir zum Beispiel. Stimmt. Die wir vorher da nicht machen konnten. Stimmt. Das heißt, irgendwie können wir jetzt... Irgendwas können wir jetzt machen. Irgendwas. Wir haben jetzt mehr Macht. Wir können jetzt überall Portale hinmachen, wo wir wollten. Na gut, nicht ganz. Ja, kommt man da noch irgendwie an einen, den du mir hier durchs Loch schieben kannst? Nee. Da drüben war ja nichts, hast du gesagt, ne? Der da. Ja, aber der ist ja für... Ja, den kriegen wir aber auch gar nicht. Der ist ja eh eingesperrt da drin. Genau. Wir kriegen höchstens hier eine Kugel und die liegt da schon. Ah, das ist doch... No. Vor allen Dingen haben wir keine... Das Problem ist auch, wir können Portale zwar schön oben an die Decke hängen... Ich will den da! Ich will ihn! Den können wir nicht nehmen. Wir können Portale zwar schön an die Decke hängen, aber wir kommen nicht an die Portale ran. Wir können sie auch in den Boden machen. Was?! Panitchen? Heiße, aber das bringt nichts. Das ändert alles! Ja, eigentlich schon, aber... Meine Güte! Nein, mach jetzt keinen Scheiß! Nein, ich mach keinen Scheiß! Ich guck mich aber... Herr Linchen! Ja, ich guck mich doch noch... Guck mal wo ich bin! Ich denke mir eher, das muss da noch hin. Und dann können wir ihn holen. Aber wie? Aber wie? Ich brauche deine Hilfe dafür. Ich brauche irgendwie deine Hilfe dafür. Ich weiß nur noch nicht wie. Nee, den können wir nicht nehmen. Wenn wir den rausnehmen, dann... Das ist mega! Wenn wir den da rausnehmen, dann... Ja, ja! Ja, aber warum... Können wir nicht einfach? Ich denke, dass jetzt hier oben irgendwas Spannendes ist. Dass jetzt hier oben noch ein Kubus ist. Können wir den holen, aber... Wir müssen den holen! Nee, den können wir nicht rausnehmen. Und du sagst bei jedem Kubus, den können wir nicht rausnehmen. Wenn wir den nämlich rausnehmen... Es gibt dich mehr als diese beiden. Guck mal bitte an die Wand hinten, wo die Secret-Sachen sind. Wo steht, wie viele Secrets... Nein! Das ist nicht... Geh mal bitte und guck, wie viele Secrets wir jetzt hatten. Siehste? Ja, egal. Draufgeschissen. Wir gehen hier einfach rein und dann... Andere Seite? Genau hier. Das heißt doch egal, was da steht. Wir brauchen ja nur einen Kubus. Wir gehen ihn drauf und gehen rein. Das stimmt, wir brauchen nur die Kubus dort. Du hast recht. Weil das ist eh fertig. Du hast erschreckenderweise recht. Ja. Das ist ja... Draufgeschissen. Die Frage ist, ob wir ihn kriegen. Ja. Ich weiß. Das ist mein Job. Wie kriegen wir ihn jetzt? Wie kriegen wir ihn da raus? Warte mal. Ah nee, das ist ja auch eine Wand. Warte mal. Warte mal. Ich steck ihn irgendwie da oben rein. Das ist völlig der falsche Raum. Egal. Das ist mitstanden. Ist das so? Ja! Achso. Ja, aber ich komme in deinen nicht. Was soll ich denn tun? Ja, das kannst du ja schon mal sowieso knicken, ne? Warte mal. Achso. Weißt, warum kann man da oben keine Portale setzen? Nicht, dass es was bringt, aber... Stimmt. Ist mir egal! Hätte ja klappen können, oder? Hätte... Warte mal, wo ist denn der jetzt eigentlich? Den kriegt man immer da. Ja, hier. Ja. Kann ich woanders mal rauskommen? Nee. Nicht? Ah, das macht mich echt wahnsinnig. Mich auch. Ich will wissen, wie das Secret ist. Ich will den. Den gehen wir nicht. Warum ist hier eine Wand? Wo denn? Warum ist da eine Wand? Verstehst du nicht? Verstehst du nicht? War das eine Wand? Ja. Hm. Dieses Spiel macht mich echt fällig. Aber... Er ist wirklich sehr eingebaut. Wollen wir das nicht doch nochmal bei dem anderen versuchen? Aber dann löst ich ihn ernsthaft auf die Kugel auf, ne? Ja, das ist das Problem. Sicher, dass der dann eine neue Kugel macht? Versuch mal bitte trotzdem. Mach mal bitte den Spaß und dreh den mal andersrum. So, dass der zu mir geht, der Kubus. Dass du den da reinpackst und dass der Strahl in die andere Richtung geht. Meine Fresse. Hm, das ist nicht ganz so einfach, ich weiß. Nee. Wo bist du überhaupt? Wo soll ich denn überhaupt... Einfach da rein, jetzt einfach wieder reinlegen. Einfach reinlegen. Haha, sagst du so an deinem jugendlichen Leichtsinn. Ja. Wow. Nee, der ist nicht gerade. Bitte gerade reinlegen. Dankeschön. Nee, gerade bitte. Es geht nicht gerade. Ich hab's doch auch hingekriegt. Es geht nicht gerade. Oh, gerade geht nicht. Ja, ist doch perfekt. Ist doch perfekt. Aber sie lacht dann halt immer uns auch. Warum tut sie das? Kennt ihr schon den von der deaktivierten Remontageeinheit? Und nun? Irgendwas. 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 Das ist nicht ohne Grund hier. Das ist nicht nur ein Fake. Ja, aber jetzt kommen wir auch gar nicht mehr in den Fake rein. Ich glaube nicht, dass das nur Fake ist. Warum kommen wir da eigentlich nicht mehr rein? War da irgendwas eigentlich drinnen? Haben wir nur die Waffen bekommen, ne? Waren nur Türen? Was tust du da? Kriechen. Na klar. Ach, Kriechen. Schleichen. Ja, kann ich dir nicht. Ich würde mal sagen, du musst auf dein Stiefbild verzichten. So leid es mir tut. Nee, 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 nee. Irgendwas, irgendwas filmen wir noch rein. Irgendwas filmen wir noch rein. Ich weiß, wir müssen fertig machen. Folge geht schon 40 Minuten. Weißer. Ähm, ja. Richtig. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, ins Ziel zu gehen. Und dem Elend ein Ende zu setzen. Da kommen wir nicht durch. Oder ein Schluck Alkohol. Schluck Alkohol ist immer gut. Hier kommen wir nicht durch. Wir haben dieses Secret. Wir haben... Wir müssen irgendwie nach diesem... Bleib mal bitte draußen. Komm mal bitte nicht mehr draus. Rein, zu, rauf, links, rechts. Aha. Was treibst du denn da so? Gucken was hier ist. Nicht, dass hier der letzte Kugus sitzt. Ach so. Das wäre aber ziemlich mies. Aber raffiniert. Den Spiele machen traue ich alles zu. Aber... Aber da ist ja auch eine blaue Wand. Ja. Aber hier ist nichts mehr. Und ich kann hier auch keine Portale setzen. Ich kann hier auch keine Portale setzen. Ja. Ich kann hier auch keine Portale setzen. Ja, ich würde sagen... Dies ist das traurige Ende der Jagd nach dem Secret. Aber wir haben zumindest einen Gebackten drin. Einer wäre reinbacken können. Ja. Auf den bin ich schon sehr stolz. Und können wir wirklich nicht einfach... Warum ist der denn nicht schwer genug? Das finde ich doof. Ja. Dich ärgert das ja auch, ne? Das ist ja wenigstens schön, dass es dich auch ärgert. Natürlich. Jetzt will ich es auch. Ich möchte gerne ein bisschen was sagen. Weißt du was wir machen? Pass auf. Wir machen jetzt folgendes. Wir machen jetzt einen Cut. Verabschieden uns. Machen einen Cut. Und wir... Wir verabschieden uns nicht. Wir machen jetzt einen Cut. Probieren das noch offscreen. Ob wir das irgendwie hinkriegen. Und dann machen wir irgendein Ende. Wenn wir dann reinbauen. Irgendein Ende. Das stimmt. Entweder mit Secret oder ohne. Aber dass wir jetzt, ohne dass die Folge noch weiter zu strecken, noch weiter rumprobieren können. Okay? Okay. Gut. Haben wir denn eine Wahl? Ja! 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 Wuhu! Ich liebe es! Gut. Und damit würde ich sagen... Bis gleich. Bis gleich. Lasst euch überraschen, was passieren wird. Wir wissen es selber nicht. Ciao, ciao! Wir haben eine Idee. Und wir haben etwas herausgefunden. Was fehlt, Lilly? Eine Portalwaffe! Keine Waffe mehr. Ich finde es ganz spontan auch. Ne? Wo ist die hin? Warum? Und wann? Und wieso? Und weshalb? Und wann vor allem? So viele Fragen. Hatte ich schon, aber egal. Wir haben eine Idee. Wir haben eine Idee. Und zwar, Lilly holt jetzt mal den... Wir holen den Kubus dort hinten jetzt einfach nochmal. Springen ist mit Leertastung. Hallo! So, geht doch. Und jetzt holt sie mir den Kubus. Und das Problem ist ja, dass jetzt hier eigentlich... Hallo? Kommst du da bitte raus? Drück mal bitte nochmal. Ach, da kommt ja der Kubus, ne? Ja, dann geht die Kugel weg. Aber das ist uns grad mal scheißegal. Wir wollen jetzt nur noch das Secret. Scheiß auf den Hauptausgang. Und das Problem ist ja eigentlich, dass die Wand dort dann ist. Und dann kann man dann nicht mit euch arbeiten. Wir können die Portale jetzt hoch herlegen. Er hat das Portal vorher gedenkt. Und das wollte ich dann eigentlich tun. Und dann haben wir festgestellt, meine Waffe ist weg. Wir tricksen das Spiel so aus gerade. Kann ich denn? Ja. Da oben ist aber noch ein Portal von mir. Stimmt! What the fuck? Das verstehe ich jetzt nicht mehr. Ist egal! Wir haben den Portal... Ich hab das Spiel verarscht! Wir haben den Secret Raum! Komm her! Oh kacke! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab Angst! Ich tue es einfach... Warte! Oh, guck mal! Oh, guck mal! Oh, guck mal! Pfung mal! mint th touch ig. really Litern AF unterwegs, wenn du nicht wärst eine apprendre. Die erste Blöckung ist alle Stegen sehr gut Gedämp一点. nicht Pan acceptiert. Es geht nämlich also für europäische Blöckung. Ich bin der Mittel 95С! Ich kann nicht mehr ernst bleiben, es tut mir leid. Wie cool! Das ist echt schön, das ist echt cool. Wie unglaublich geil! Wie geil ist das bitte? Also der Pinke gefällt mir besonders gut, er ist wunderschön. Kann ich ihn nehmen? Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass das Geräusch wirklich, dass es nicht einfach eine Musikdatei ist, die da abgespielt wird, sondern dass es wirklich die Bewegungen von denen sind. Ja schon. Das ist wirklich... Da, Alter! Paranoia! What the fuck? Wie und warum und wieso kann man bunte Dinger machen? Auch unsere Klone sehen ja übrigens anders aus, ne? Wenn ihr mal guckt, ich stelle mich mal hier hin. Siehst du den Unterschied? Warte. Oh ja, er ist schöner als du. Alter! Weil er schwarz ist. Nein, er sieht echt geil aus. Warte mal, warte mal, dreh dich nochmal. Der hatte da was. Es ist... Oh, cool. Cool! Der ist auch schwarz, ne? Ja, der ist dunkler. Der sieht auch cooler aus als ich, glaube ich. Das stimmt. Denke ich. Auch wenn er aussieht, ist er ein blaues Auge. Der sieht wirklich cooler aus. Ja. Oh Mann, ist das schön. Das ist so cool. Meine Güte, dafür hat sich die Arbeit gelohnt. Auf jeden Fall. Und das Cheaten. Ich glaube, falls man... Falls... Bitte. Falls du dieses Video guckst, schreib uns mal, ob das richtig war, wie wir es gemacht haben, um hier hinzukommen. Oder ob wir einen Weg gefunden haben, der unbeabsichtigt war. Ich wette mit dir zu 100 Prozent, beide Kugeln waren von uns gebackt. Ja. Beide waren nicht so gewollt zu bekommen. Ich wette es mit dir zu 100 Prozent, nicht mal einer davon wagt auf korrekten Wege an. Ich wette es. Ich hoffe mal, dass die Person uns das scheiße schreibt. Weil wir immer das schaffen. Immer. Wir müssen das nochmal machen. Ja, wir müssen die Kugel wiederholen. Das ist jetzt natürlich, ne? Soviel zum Thema. Ach, scheiß auf den Hauptausgang. Ach so, ein Sequel. Aber warte mal, da ist kein Häkchen. Da ist kein Häkchen. Wir haben irgendwas im Sequel-Traum noch nicht gemacht. Wie, da ist kein... Ist doch scheiß auf den Haken. Jetzt hol die Kugel und gut ist... Perfektion! Das Thema hatten wir schon mal von wegen. Da müssen nicht mehr alle Haken sein. Perfektion! Nee, nix Perfektion. Jetzt komm her und beweg deinen Klauschen. Irgendwas machen. Nein, schießen. Warum kann ich eigentlich noch schießen? Natürlich. Ha, aber ich bessere nicht. Weil ich keine Waffe mehr habe. Weil es dir noch nicht aufgefallen ist. Na gut. Hm. So, jetzt beweg dein Klauschen-Kugel. Ja, ich bin ja schon ein Klauschen-Kugel. Hm. Aber cool. Richtig, richtig cool. Das war echt schön. Das hat sich schon gelohnt. Guck, dass du deinen kleinen Kaninchen-Dickschädel wieder durchgesetzt hast. Ja. Diesmal war es wirklich lohnswert. Siehst du? Ups. Wett. Ich hab immer recht. Nein. Bereit? Ja. Let's go. Wir können doch mal sehen, wie Lily failed. Es wird heute kein Fail mehr geben. Große Worte für einen kleinen Panda. Ja. Guck mal, wie gut ich war. Wow, Respekt. Alkohol ist schuld. Ich bin doch echt froh, dass ich das nicht machen muss. Ja, ich weiß gar nicht, warum immer noch ich diesen Job machen kann. Weil du das kannst. Nee, ganz ehrlich. Weil du hast mehrfach bewiesen, dass du es hinkriegst. Ja, nach 30 versuchen. Na ja, immerhin. Sonst würde ich auch wieder 30 brauchen. Nein. Da gebe ich zu. Bei dir geht das schneller. So. Ready? Yes. Wie immer. So. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, dass das Spiel gerade derbe bei mir ruckelt. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich dumm bin. Jetzt mach hin. Bleib hier. Was? Was? Ah. Das ist ja ungesund aus. Ich glaube, mein Spiel geht langsam kaputt. Beeil dich bitte. Wieso geht das mal wieder weg? Ich habe Grafikfehler und das ruckelt. Beile dich bitte. Ich kann hier keine... Okay. Ich hätte gedacht, ich kann wieder schummeln. Hau so auch nicht. Nein, du kannst nicht schummeln. Mach es einfach auf korrektem Weg und alles wird gut. Doch. Vielleicht. Hallo. Ich war noch drauf. Ich bin sehr traurig gerade. Trauriger Panda. Wie gesagt, es ruckelt gerade bei mir. Das macht es nicht einfacher. Bereit? Vielleicht ist deine Festplatte voll? Nein, Gott. Der 3 TB, die geht nicht so schnell voll. Glaub mir. Ah. Nein. Was soll's? Nochmal bitte. Los. Ich habe gerade alles gegeben. Du glaubst es nicht, aber ich habe Schweißausbrüche. Ich weiß nicht, wie lange das mein PC gerade noch mitmacht. Ja, wir sind ja unterwegs. Also, go. Ja, ich mache es doch schon so schnell, wie ich kann. Hm. So. Du zuckelst und zuckelst so fröhlich bei mir. Achso, da war ja noch was. Warum? Warum? Kaninchen, warum? Weil du mit dem Teil in die Wand gegangen bist. Nein. Ich habe es hier in die Holzwand gehalten und dann ist es kaputt gegangen. Kann ich denn ehrlich nicht? Hier ist ja nicht mal eine Wand, in die ich hätte gehen können. Warum? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wir müssen zum Glück nur die Hälfte nochmal machen. Ja, toll. Die schwierigere Hälfte. Eigentlich die leichte. Wir hoffen nicht. Bereit? Bereit. Hm. Alter, es ruckelt so. Und trotzdem habe ich es geschafft. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ehrlich gesagt. Warum? Na, dass das wieder passiert wie eben und er an der Holzwand zerstört wird. Geh einfach einen Schritt zurück. Ja, ich weiß es auch nicht, aber einfach zur Safety First oder einen Schritt zurück gehen. Bin ich jetzt. Go. Ja, ich bin auch schon unterwegs. Mein Lieber. Go, 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 go. Fußball. Sicherheit gehen vor. Scheiß drauf. Hauptsache, brüht den Laserstrahl nicht. Und du darfst das jetzt gerne tun. So. Wir haben alles gemacht. Lass uns einfach hinter uns bringen. Wir haben alles geschafft. Auf jeden Fall einen Daumen hoch. Aber sie war echt schön. Vor allem das Secret Ende war schön. Das war wirklich toll. Meine Güte. Du Wahnsinniger oder Wahnsinnige. Je nachdem Paranoia. Definitiv ein wahnsinniger Mensch. So oder so. Danke für diese Map. Vielleicht ist es kein Mensch. Vielleicht ist es ein Cyborg. Wer weiß. Danke für diese Map. Ja, vielen Dank. Sie war wirklich super. Und danke fürs Zuschauen. Und für diese Überlängenfolge. Unsere Pelligkeit hat euch gefallen. Das geht fast eine Stunde jetzt. Deswegen. Vielleicht machen wir zwei draus. Wir diskutieren das jetzt noch aufs Screen. Ihr werdet es ja miterleben. Gucken wir mal, ne? Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020